ich grüße euch freunde willkommen zurück bei god of war ragnarök und dieses mal ja nichts sammelbares an sich nämlich ein schwerthof das wir finden können um die schlafenden trolle zu wecken die ihr einmal hier habt und natürlich in den anderen welten dort bekommen wir einen rüssel und natürlich noch ein paar andere sachen diese schlafenden trolle sind auch gar nicht so leicht das schwerte finden wir hier hinten hier müssen wir erstmal eine wand zerstören und hier befindet sich ein ja ein schwertheft mystisches erbstück heißt das ist eine reliquie die müssen wir ausrüsten und dann müssen wir hier hinten zum beispiel zu so einem schlafenden troll das erbstück mit 2 und kreis aktivieren und so wecken wir diese trolle hier nämlich auf die so sind die eigentlich bin jetzt total voll ausgerüstet und dann geht es natürlich relativ einfacher diese leute hier zu besiegen und somit haben wir natürlich auch die eingeschlafenden trolle die wir denn überall finden können eigentlich auch eher in der wüste unten da sind die meisten ja somit haben wir natürlich auch hier die trolle abgearbeitet und können wir sie erwecken wie gesagt mit dem schwerthift und hier hinten befindet sich schon mal ein troll jedenfalls schon mal das also leute somit bis zum nächsten mal macht es übert besucht mich auch auf instagram und twitch die links findet ihr in der beschreibung